Einen wunderschönen guten Abend heute zur elften Folge des Notizblog und mir ist vorhin was total Blödes passiert. Ich war gerade mitten dabei die elfte Folge zu filmen und da ging der Akku der Kamera aus und die Kamera hat nicht mehr mitgemacht. Blöde gelaufen, aber es soll nicht daran scheitern, dass heute eine Folge rauskommt. Dementsprechend jetzt ein bisschen spontan gibt es heute eine Audio-Folge und zwar den ersten Teil einer zweiteiligen Audio, eines zweiteiligen Hörkrimis, Mini-Mini-Krimi und mal sehen, ob es den zweiten Teil dann schon morgen gibt oder ob ich damit noch ein bisschen warte, bis wieder so ein Notfall kommt. Auf jeden Fall jetzt die erste Folge von Rosis Hotel. Viel Spaß, bis morgen. 1407. Die Zimmernummer hing in mattgoldenen Lettern schräg an der dunklen Holztür. Aus Gold war sie sicher nicht. An manchen Stellen begann das Metall schon zu rosten. Thomas Hauptner warf einen Blick auf die Türklinke. Auch sie war aus dem gleichen mattgoldenen Material wie die Zimmernummer. Er steckte den altmodischen Schlüssel mit Bart ins Schloss und drehte ihn herum. Das Schloss klemmte. War ja auch nicht anders zu erwarten, dachte Hauptner und zog an der Tür. Das Schloss knackte laut und der Schlüssel sprang herum. Herzlich willkommen in Rosis Hotel. Rosis Hotel war einer der heruntergekommensten Schuppen der ganzen Stadt. Direkt an den Bahngleisen am Rande Lüneburgs schien es das einzige Haus zu sein, das schon lange vor dem Ersten Weltkrieg dort gestanden hatte. Nur war es nicht aufwendig renoviert worden, es moderte vor sich hin. Um nichts in der Welt hätte Hauptner freiwillig seine kleine Zweizimmerwohnung in Hamburg verlassen, um in diesen schäbigen Kasten zu ziehen. Doch wieder einmal verlangte es seinen Job. Er war schon seit Monaten hinter einem Mann her, den das Präsidium nur als den Schatten kannte. Der Schatten war verantwortlich für eine Vielzahl an Verbrechen, angefangen bei kleineren Diebstählen bis hin zu eiskalten Auftragsmorgen. Vor zwei Tagen hatte Hauptner einen Hinweis bekommen, wo sich der Schatten zur Zeit aufhielt. Rosis Hotel passte wie die Faust aufs Auge. Kein normaler Mensch würde dort auch nur eine Nacht verbringen. Kein normaler Mensch außer dem Schatten und Kommissar Thomas Hauptner. Hauptner war schon seit über 20 Jahren bei der Polizei. Er war ein alter Hase, kannte alle Tricks. Trotzdem biss er sich am Schatten die Zähne aus. Doch diesmal sollte alles anders werden. Diesmal würde er den Schatten stellen. Hauptner drückte die Klinke herunter. Die Tür öffnete sich nach innen und ächzte dabei beachtlich. Hauptner war ja schon von dem Fahrstuhl begeistert gewesen, aber der Anblick, der sich ihm hinter der Tür bot, war noch besser. Zimmer 1407 hatte Fenster, jedoch keine Scheiben. Sie waren aber keineswegs verschwunden, sondern lagen zersplittert überall im Raum verteilt. Hauptner machte einen Schritt in seine neue, provisorische Heimat, stellte seine Tasche ab und schloss hinter sich die Tür. Erst jetzt bemerkte er, dass es im Zimmer dunkel war. Lediglich das Licht einer flackernden Straßenlaterne gegenüber Rosis tauchte den Raum in ein mattes, schummriges Licht. Ist vielleicht auch besser so, dachte sich Hauptner. Sein Sarkasmus blieb mir doch im Halse stecken, als er in seiner Hand plötzlich ein starkes Ziehen verspürte, das sich durch seinen ganzen Arm zog. Hauptner rieb sich die Hand. Der Elektriker hatte offensichtlich keinen Lichtschalter verbaut und es auch versäumt, die blanken Kabel an der Wand in eine Steckdose zu verschrauben. Ein paar Minuten später hatte Hauptner wenigstens den Fernseher zum Laufen gebracht. Der empfing zwar kein Programm, aber sein schwarz-weiß rauschendes Bild warf zumindest etwas mehr Licht ins Zimmer. Hauptner trat vorsichtig durch die Scherben zum Bett. Selbiges hatte sicherlich auch schon bessere Zeiten erlebt. Es quietschte so laut, dass Schlafen vermutlich zu einer Unmöglichkeit werden würde und die Drahtfedern in der modrigen Matratze bohrten sich tief in seinen Rücken. Nur ein paar Tage in diesem Loch, dachte er sich. Er musste den Schatten nur so lange observieren, bis dieser einen Fehler machte. Hauptner hatte sich schon schlau gemacht. Das Zimmer 9 3 Viertel lag auf dem gleichen Gang. Hauptner saß auf seinem Bett und lächelte. Er war richtig aufgeregt, seinem Ziel so nah zu sein.